Hallo Harald. Hallo Lukas. Oder lieber Old Harry. Old Harry Rock, so viel Zeit muss sein. Heute schon gefilmt? In der Tat. Was denn? Profi und Gedöns und alles und war gut. Bist du eigentlich Produkttrainer oder Moderator bei KRONE TV? Ich bin sowohl als auch. Was gefällt dir besser? Sowohl. Mit wem möchtest du unbedingt mal einen KRONE TV-Beitrag machen? Mit Lukas, dem Lokomotivführer. Ah nein, der heißt ja Lukas, aber ist der Kameramann. Um die Komfortplanung zu öffnen, braucht man in der Regel 30 Sekunden. Wie lange dauert es bei dir? Da ich zwei linke Hände habe, könnte es auch die doppelte Zeit in Anspruch nehmen. Vervollständige den Satz. Ich bin immer total... ...nervös. Was ist das Peinlichste, was dir jemals beim KRONE TV-Dreh passiert ist? Der Moderator. Der Moderator ist dir passiert? Ja, ich passiere mir ja ständig. Schon morgens beim Aufstehen. Wie viele Minuten darf man deiner Meinung nach zu spät kommen, aber ist eigentlich noch pünktlich? Als Diva oder als Harald? Wie du magst. Also als Diva darf ich 15 Minuten zu spät kommen. Was wird es zukünftig bei KRONE TV alles geben? Jede Menge Interessantes und Schönes und überhaupt. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel. Mir fällt gerade keins ein. Lasst euch überraschen und guckt zu. Dein Gesicht, wenn es endlich wieder heißt, Harald, wir haben eine Idee. Fertig? Hallo? Danke, Harald. Fertig. !